Toaster und Tasty und vielleicht auch Rambo, ihr könnt jetzt euren Arsch in die Einstellungen der Party bewegen und diesen wunderschönen Knopf anstöpeln. Ja, 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 ohne Scheiß, ich überweise dir auch zu gegebener Zeit Geld von den Einnahmen, die daraus reduzieren. Mann, du wirst doch eh schon direkt überwacht und ins ganze Internet verbreitete Seite in dieser Party drauf. Ich weiß nicht, welches Deck ich hab. Das ist egal. Muss ich das auch vorher einstellen, oder? Ja, ist egal. Ich kann dem Spiel nicht beitreten. Ich hab auch keinen Plan dann. Warum kannst du nicht beitreten, dann mach du eine auf. Ja, das ist, weil ich mich noch nicht ins Spiel geladen habe. Du bist auch bei mir beigetreten, wieso bist du rausgegangen? Ich muss jetzt aber erstmal... Ich muss jetzt aber erstmal hier meine Decks anschauen, was ich mir überhaupt... Nein, das haben wir auch nicht gemacht, ich hab auch keine Ahnung, welchen Decks. Ja, das spielt auch keine Rolle, ich hab da irgendwie vier, fünf Decks, ich werd mir ja wohl davon eins aussuchen dürfen. Entschuldigung. Nee, du darfst nicht aussuchen. Aber da muss ich nicht sagen. Ich hab jetzt Rambo gesturmt, Alter. Ich hab gar Bock, dass er uns die ganze Zeit dazwischen redet. Wir machen jetzt schön... Du musst mir eine neue Einladung senden, bitte. Gemütliches Dreier, Dings. Ja, du brauch eine neue Einladung. Ich bin vielleicht zu fair und sag ihm das mal gerade. Okay, Rambolein, Alter, ich ergötze mich ja gerne an deiner volimiösen Stimme. Ist überhaupt da, ich glaub, der ist gerade gegangen. Geht das schon seit fünf Minuten still. Das kann nicht leiden, Mann. Okay. So, dann lehre ich jetzt einfach mal... Ja, komm, geh jetzt rein. Und sagen, dass ich das leider nicht in die Wege laden konnte. Ja, wie oft denn? Ey, mich hat ein Mock-Moral eingeladen, Alter. In ne Party. Was ist denn ein Mock-Moral, hä? Ohne Scheiß? Komm, komm jetzt rein, Faye. Ist das nicht von Final Fantasy, dieses Viech? Warte, ach, was nimmst du denn für Drogen, Alter? Ey, komm rein. Das ziehst du dir jetzt aber auch aus den letzten Hintertagen.